Previously Mia? Ja? Ich hab dir eine Sache verschwiegen. Was denn? Als wir über die Bestrafung geredet haben... Ah... Was geht Leute und willkommen zu dem lange erwarteten Toast-Video. Und jetzt muss jeder von uns sich so ein Kaltwachsstreifen auf die Beinebehaarung machen und voll abreißen. Leute, das Schlimmste ist, ich hab wirklich übel die krasse Beinebehaarung. Ja, ich bin Italiener, Leute, südländisch, da kommt das so... Mia, wie sieht's bei deiner Beinebehaarung aus? Hast du welche? Ja, aber nicht so viel wie bei dir. Zum Glück. Digga, das sind mal ein paar Beinhase. Was geht bei dir so? Bei dir ist ja nichts! Bei mir wird's ja viel schlimmer! Hä, natürlich, aber du siehst das halt nicht. Ah... Wer will zuerst? Okay. Hier sind diese Dinger, ich hab's noch nie gemacht. Hast du das schon mal gemacht? Nee. Bringen sie den Wachsstreifen so an, dass das runde in Haarwuchsrichtung zeigt. In die Haarwuchsrichtung. Die wachsen da lang. Also muss das in die Richtung. Leute. Okay. Warte, chill, chill, chill. Bringen sie den Wachsstreifen so an, dass das runde Ende in Haarwuchsrichtung zeigt. Geht das überhaupt bei so vielen Haaren? Ich glaub, das ist doch nicht einfach so komisch auf den Haaren. Wahrscheinlich. Ah, Digga! Straffen sie ihre Haut! Fuck, wir haben die Haut nicht gestrafft! Das ist ja alles blau! Digga! Digga! Ich hab richtig Angst! Das wird richtig schlimm! Ey, Leute, ganz kurz. Ich hab echt... Mein Schmerzempfinden ist wirklich hoch. Kann da so die Haut abreißen? Theoretisch schon. Tut das dir weh? Oh, das wird schon. Das wird man auch richtig sehen. Ah! Scheiße! Warte mal! Ich will doch nicht mehr. Können wir das zurückziehen? Scheiße! Nicht die Haut zu machen! Du weißt, wie du es machst, ne? Zack! So! Du musst aber hier gucken, dass du hier nur kein Haar an den Fingern... Oh mein Gott, das wird so schlimm! Das wird so schlimm! Ich spür das gerade! Oh mein Gott! Ich will das gar nicht schaffen! Du hoffst! Ich hab richtig Angst gerade! Soll ich? Nein, eigentlich nicht! Aber wir haben keine Wahl! Scheiße! Wieso hab ich das gemacht? Das war meine Idee! Warum? Warum? Oh mein Gott, das tut richtig weh! Das wird schlimm! Mach! Soll ich? Nein, nein, chill! Warte, du musst erstmal die Lasche hier richtig anfassen! Nicht die Haare, aber mit den Fingern da ganz ab! Ja! Warte mal! Scheiße! Ich spür das schon! Ich trau mich gar nicht! Ich hab richtig Angst! Passieren, ne? Ja! Warte, warte! Ah! 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 Was ist das? Ah! 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 Ich muss sagen, es ging! Ah! Ah! Ja, Nia, du bist als nächstes dran, doch gut, dass ich diese Sache ausgeschehe. Die ist eklig, Alter. Weiter geht's mit dir. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen Angst, aber... Stoff hat die Haut. Die ist schon straff da. Es muss richtig kleben. Hast du Angst? Nee. Was? Mach mal auch ein bisschen Angst, als ob ich... Du hast mich nicht so dastehen lassen, als wäre ich hier so ein Regerschisser. Ich muss sagen, ich habe schon Angst, aber ich weiß, es geht schnell vorbei. Das ist okay. Nia, bist du bereit? Ja. Echt? Was ist, wenn ich mich doll genug ziehe und das hängen bleibt? Nia. Oh, Scheiße! Soll ich drauf? Bereit? Aaaaah! Oh, wie glatt, Digga! Also, so schlimm war es gar nicht, Leute. Nö, mach ich jetzt gleich weiter. Das sieht halt schon behindert aus, ne? Ja. Kann man das so lassen? Ich würde so lassen. Gott sei Dank ist jetzt nicht Sommer, Alter. Und man geht zu schwimmen oder so. Aber hier ist so ein Balken, der so fehlt. Leute, was haltet ihr von solchen Bestrafungen? Findet ihr das unterhaltsam? Digga, dieser Busch. Guck mal, man sieht das da durch. Das ist einfach immer so. Das war's für das heutige To-Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns das immer mit einem Darm hoch wissen. Und wir sehen uns wieder am nächsten Tag. Ähm, vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder, Leute. Vielleicht sehen wir uns morgen schon wieder. Wir haben nicht was ganz Besonderes geplant. Und dann wird sich hier einiges verändern. Hier. Ja, richtig. Haben wir auch nicht zu viel verraten. Dafür müsst ihr morgen einschalten. Und ja. Was glaubt ihr ist das, Leute? Wer drauf kommt? Killer. Gut. Das seht ihr aber morgen. Bis morgen. Tschüss! Tschüss!